einen wunderschönen mutatoren neuen runde gta 5 mit dabei sind dalo schigo maro tau tau und nils items sagte julianne alex einer fehlt mir noch einer fehlt mir noch nicht nur hatte ich ja ganz gut was solltet Das war nicht Tautor schuld, das war nicht Tautor schuld. Das war nicht Tautor schuld, das war nicht Tautor schuld. Oh nein, das hätte ich auch nicht gedacht. Action! Ich war das auch nicht, das war nicht. Oh Gott! Was ist denn hier los heute? Oh Scheiße! Komm, mach mal weiter! Komm, mach mal weiter! Hey, wer von ist denn da? Ist er aufgewacht? Ihr lokal! Komm her, ihr lokal! Nein, du! Hör auf, Alex! Was macht ihr Schmucklister? Hey, Items! Oh Gott, was war das denn? Und Arne zieht wieder vorbei. Ich mach jetzt eine Musikband auf. Wer möchte scheuen? Beschuld dich, Juli, ich mach sie alle weg. Ja bitte, tu es für mich. Oh shit! Runflip für die Fans! Oh nein! Runflip für die Fans! Oh Gott, Kapuze! Gut dran! Ich mach richtig scheiße! Wer lag da? Kapuze lag da nicht. Und Ingame bist du gerade auch nicht gut, ey. Das war so mies gerade von mir. Ja. Ich bin schnell aus, oder? Nee, oder? Stimmt. Die Stelle können wir nicht shortcutten, oder? Nee. Im Looping anfangen zu rammen hier. Ja! Da ist einer! Da fallen zwei Autos von der Bahn! Ja, ja! Ich fall runter! Aber wo ist dein Problem, Alter? Wo bist du denn jetzt auch aus dem Looping gefallen? Nein! Ja, aber du! Brauchst du mal haben, Mann! Den grünen Ding! Hey! Grußbälle! 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 Geh links! Weiter! Ja! Grußbälle! Oh Gott! Ich schieb ihn gerade zu schnell für die Kurve. Oh nein, Dalu! Vorsicht! Alter! Alles Absicht von mir jetzt. Was für eine Taktik. Tick-Tack! Das sieht gut aus für euch, oder? Abkürzung! Rechts runterspringen! Yes! Touchdown! Was für... Entschuldigung! Hatte mir den Eindruck gegeben. Nee, hast du nicht. Wo bleibst du? Entschuldigung! Kapuze! Ja! Ich flieg da! Ich bin ein Käfer! Ich bin ein Käfer! Wir fahren in Nero Kassel. Das war knapp, Nils, ne? Ja, Kapuze ist ein Käfer. War kontrolliert. Ja, aber ich wollte gerade nach links ziehen komplett. Oh, Fehlzündung! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Entschuldigung! Ja, ich hab gebremst. Du konntest noch drehen. Ja, ja. Boah! Das ist groß, ey! Wattung! Oh Gott! Vier Runden! Einer links, einer rechts. Was? Vier Runden? Geht ja nur zweieinhalb Minuten so ne Runde. Sieben Runden! Mit Sache! Sieben Runden! Sieben Runden, ja. Vier, sieben, drölf, ist alles... Sieben Sleddig. Und alles ist fünf, ey! Ja genau. Die Scheiße kam einfach mal... Hallo? ÄH! Boah, das war... Okay, aber jetzt gibt's kein faires Rennen. Machst du das an, ne? Ne, jetzt bist du nicht mehr vorne. Ne, jetzt du weißt, was zu tun ist. Wie gut, dass du geflogen bist. Ich hab nix gesehen. Er hat mich absichtlich gerammt. Und das hat auch... Ja doch. Du hast es im TNs gesagt. Ja! Blink, Juli! Blink in die Frache! Ich frage auf die Regeln. Ich frage auf die Regeln. Hm? Wie? Hat dich noch jemand gerammt? Ne, er ist... Ich weiß, was Talo passiert ist. Ich komm jetzt glaube ich nicht mehr über den Sprung. Das war ich aber nicht gut. Doch, man kommt noch. Ja doch, ich wär ja weiter vorne gewesen. Er wär langsamer gewesen, wär da vorne. Wuh! Hallo! Hallo! Hast du uns einen geholt? Ich merke, je wärmer es wird, es wird schlechter werden. Ich merke, je wärmer es wird, es wird schlechter werden. Es ist ziemlich kalt. Es ist ziemlich kalt. Ach, Juli! Ich bin durch, der mit den Füßen. Ja! Oh! Daxel, was ist mit dir? Das ist was Neues für dich! Wir haben ihn! Ja! Mein Schwanz benötigt, wir haben doch auch mal was. Normalerweise haben wir dieses Rennen auf letzten Plätzen. Wir haben Ladies hier. Ja, ich hab diese Autos. Ja, ich hab diese Autos. Jaxel, wir haben Ladies hier, ja? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit seiner Autos. Oh Gott, ich bin zu schnell! Ich bin zu schnell! Wow! So fangst du dir das! Ich war zu schnell! Weil die Mädchen, die wir hier drin haben, bestimmt noch nie so was gehört haben. Ja, dass die Männer zu schnell sind, ist halt ein allgemeines Problem. Okay? Hat er nicht gesagt. Hallo? Was? Du hast halt gebremst in der Rampe. Was soll ich machen? Ich hab nicht gebremst, ich musste respawnen. Nee, du standst ja da. Ich wollte nur springen. Ja, ja. Ich komm einfach nicht nach vorne. Hallo, ciao, ciao! Oh Gott. Wir haben ja den Schatten von Doody. Oh Gott. Wir haben ja den Schatten von Doody. Voll scheiße, ich will das gar nicht. Ich bin viel zu nett von hier. Da-da! Woop! Wupp! Wupp! Jetzt geht's los! Ich mach die fertig! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, Schatz! Komm her! Komm her, komm her! Komm her! Komm her! Was ist das denn? Ich hab gebremst! Nein, nein, nein! Ernsthaft? Komm her! Es gibt Zeile aufs Kopfscher. Bei mir sind die Lichter nicht angegangen bei dir hinten. Die sind ja auch schon kaputt. Dank der ersten Aktion. Wooh! Geh mal zum TÜV, ey! Ich hab die einfach ausgebremst, du. Was soll der TÜV machen? Wenn ich feststellen, dass die Lichter kaputt sind, dann sehen wir auch so. Ihren Lüfter sind kaputt. Damit kommen wir mal nicht rein. Da, da! Da, da! Ja, da, da! Komm nur her! Du kommst schon! Oh, scheiße! Ich möchte jetzt bitte einen Vote, dass der Tata nicht mehr mitspielen darf, ja? Abgelehnt! Das ist doch doof, Juli! Wird jetzt in der Infobox eingeblendet. Mensch, nimm Hammer! Hast du den Knopf eigentlich auch noch nicht? Mit Abstimmung, ob das Tautomechanismus machen darf. Juli, komm! Ich war wie ein Wirbelwind. Ey, Juli! Das war's nicht! Wir haben's beide nicht geschafft! Wir haben's beide nicht geschafft! Und wer ist schuld? Tuch einfach ein! Das war die Anziehungskraft! Mädels, reiß euch zusammen. Juli und TÜV sieht sich halt einfach an. Ja, so ist es. Was soll ich tun? Mädels, nimm zu deuer ein Kabel. Juli zieht sie alle aus. Genau, das ist die Reaktion. Genau! Was? 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 Das war die Reaktion. Was? 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 Aufpassen im Looping nicht ran! Nein! Oh! Hallo! Passt! 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 Hallo, ich bin wieder da! Ja, schön, nein! Dann rück dich mal nach vorne, habt ihr keine Lust mehr. Bitte! Du musst nur Alex aufhalten, der kommt ja danach. Boah, ich werd dir grad von drei Fliegen simultan angegriffen. Ich fliege jetzt! Boah, die nehmen dich richtig durch! Aber das ist ja maximal frei! Das Problem ist, ich hab da kein Problem mit, aber wenn sie mir einen Bart kappeln, hört's auf! Ja, die wollen sich halt ein Nest bauen, dein Bart! Wollen sich dein Nest auf! Ja, nein! Schaffst du auch noch Runde vier? Ja, wenn man lacht nicht auf, liegt so ein Kohli-Bü aus meinem Bart! Oh Gott! Ja, das ist ja süß! Und dann musst du weinen und sagst, das ist wunderschön! Ich sag's dann, wenn der Papa sagt, und dann automatisch gegessen! Wann kommen die ersten Überrundungen? Wir müssten auch mal so ein Rennen für 30 Runden fahren! Oh, das ist die Kaputzen! Ja! Mit Boxenstopp und Benzin und so, wär mega nice! Dann können wir auch gleich vor allem spielen! Nee, also schon Arcade-mäßig, nur dass du Benzin hast! Du musst tanken! Es gibt doch Benzin in GTA, oder? Irgendwann bleiben die den aber liegen! Nee! Ein bisschen AP vielleicht, aber nicht richtig, ja! Nee, bis hier kann ich nicht wieder! Oh, noch mal unten! Ja, wie willst du das tanken mit dem Resetten verbinden, dann? Nee, auch mit dem Single-Player! Vielleicht mit einer Mission in irgendeinem AKR wäre! Nee, Single-Player! Du kannst im Single-Player die Kache waschen! Das war's dann aber auch! Das tanken kommst jetzt mit Mods für die GTA-Life-Einflüge! So! Alex, wo bist du, nachdem du mich rausgehauen hast? Weiße Farbe! Ich bin hier immer noch! Ich fahr hier rum! Oh, Alex! Ich bin stolz auf dich! Recht! 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 Du hast vergessen, dich zu muten, sagst du! Oh Gott! Oh! Oh! Herrlich! Herrlich, ey! GTA ist feinlich auf jeden Fall! Die Strecke ist zu einfach, um vorne irgendwie ranzukommen! Also ich hab die Leute eingeholt! Achtung! Der Todes-Tunnel! Ich war ein perfekter Rennen! Zwei Runden Rubber-Banding kassiert! Seitdem du mich rausgehauen hast! Ja! Aber es hat ja geklappt! Weißt du was ich meine? Ich hab's ja geschafft vorne mitzufahren! Das ist der Todes-Tunnel! Der Todes-Tunnel! Ich seh dich! Ja, das kann sein! Das ist die letzte Kurve, mein Freund! Ah! Der Todes-Tunnel! Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja! Doch nicht, schade! Wenn ich mich noch ein bisschen gedreht hätte, dann wäre es der Entscheidungsgeschehen! Der Gute hat sich über mir gedreht! Jetzt geht's nur noch bergab! Oh! Oh! Neil! Das war schade, Neil! Und dann hat er so ein böser Turn! Ich durfte nicht rennen! Ja, ist auf jeden Fall gelungen! Da hab ich Punkte an Alex mal abgedrückt! Ich bin so impressed! Digga! Und ich auch! Scheiße! Scheiße! Keine Chance, nach vorne zu kommen! Alles gut! So, jetzt kannst du links überholen! Tu es! Oh! Du hast doch gesagt! Jetzt kannst du links überholen! Tu es! Aber dann war's schon zu spät! Ich hab's doch schon überholt! Ja, muss schneller sein! Gehils agressiv! Was ist jetzt das Problem, dass ich überholt hab oder bist du wehgetan? Ja, ich bin gestorben! Okay! Du hast dir wehgetan! Du hast dir wehgetan! Du hast dir wehgetan! Nicht so schlimm wie weh tun! Oh! Noch 10 Sekunden ey! Krieg ich Sinn? Komm! Nein! Das gibt's doch! Halt! Es kriegt die Kumpel! All die Arbeit umsatzt! Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Das schreibt man mit euch! Das schreibt man mit euch! Total enttäuscht! Ich bin auch fast in der Massenkarabulator von Shigo und ich bin gefangen gewesen! Das hat halt alle in ihren Bann gezogen! Ihr seid genau einfach wieder hinter mir gequashed! Ach Mann! Ja Alex! War ja nix ne? Wenigstens Festzeit! Vielleicht fass uns zunächst mal fair zu gewinnen! Ich hab mich stets bemüht! Ich hab mich auch bemüht! Du warst hinter mir! Du hast mich rausgehauen! Als ich dich überholen wollte! Ja! Aber du warst noch hinter mir! Ich hab nur zugemacht! Nee! Du hast mich komplett gedreht! In letzter Zeit machst du sehr sehr zu! Ich mach sehr oft zu! Verschließ dich! Du verschließ dich von der Gruppe! Entfernst dich von mich! Wir haben alle das Gefühl, du verbürgst etwas! Verbürgst! Also was Schlimmes! Keine Ahnung! Battle Cars! Du hast wie ein Pentagramm Tattoo! Maskas bei Regen! Ja da sind sie aber! Nein! Doch! Da sind die Autos richtig stark! Oh nein! Und wir nehmen... Warte! Hatten wir was noch? Oh hier! Wir nehmen den Blackfin! Ich weiß nicht wie der bei euch hat! Unter C! Blackfin? Unter C! Unter C? Ja! Kokette! Kokette! Ah ok! Kokette! Ok! Das sind doch schön! Unter C! Das ist doch das James Bond Auto! Es gibt nur ein Autos! Es gibt drei! U! C! Wie Q! In Österreich ist ja immer quer! Ja! Siehst du mehr! Klar! Ja! War joke und so! Die Schogette! So geht's! Das ist doch ein schönes Auto! Diki! Diki! Hat das auch Raketen die nach vorne gegeben? Wie fährt sich das so? Scheiße wahrscheinlich! Haben wir noch nie gespielt! Oh der Auspuff! Das ist aber nicht hier! Oh das sieht gut aus! Masse Cast bei Regen ist immer gut! Ja! Da trumpfen die richtig auf! Aber wir leuchten alles! Denk dran Kurve! Und alle raus! Ich sag Kurve! Das ist die Hälfte! Das fällt jetzt einfach gerade auf! Was ist die Hälfte? Was ist die Hälfte? Nein! Was ist die Hälfte? Das ist wie so ein Schiff! Echt? Oh du bist doch! Oh du bist doch! Los du dich! Andere Richtung! Ja ich will eigentlich rückwärts! Okay! Bist du wahnsinnig! Du musst ja die Kurve runterbremsen damit du das schaffst! Ja Gott! Das ist auch noch die Kreuzung schieben! Die ist halt auch sehr unverteidlich! Das ist für den Bätsel! Ja das ist ja der Gank! Oh Gott! Sechse! Aquaplaning! Sechse! 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 Alter das ist nicht gut wie die Hälfte! Oh Gott! Klipperwitz! Boah Nils macht das nicht cool ey! Oh Gott! Wann der Kooperation? Nyt? Oh Gott! Ja jetzt mal mit dem Bus raus! Ihr hat einen Wendekreis von dem Bus ey! Es ist doch ein Bus! Boah die Kurve Gerutsch! Boah! Hier kommt man zu wenig glaube ich! Das war ein Scenderhoul! Wieso kommen wir eigentlich ganz schnellhenspannen? Das war bestimmt auch nicht drin! Doch, jetzt bleibt! Jetzt bleibt da! Oh Gott! Ja glattreich! Oh Gott Gott! Oh Hallo! Ich muss da durch! was ist da passiert mein auto wurde gerade nach oben teleportiert das war ein sehr kurzes rennen ja weil das andere auch sehr lang war ich könnte noch zu Fuß gehen dann wäre ich schneller vielleicht ich glaube schade habe ich nicht bekommen ich musste den Checkpoint noch du hast dich 5 mal erreicht wenn du zurückgesetzt bist du bist mir weg gewesen du warst ein Verkehrshindernis ja das ist ja auch noch eine der nettesten du musst du hingefahren Schigo Daudo tschüss Nein Daudo Daudo come on Daudo 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 der hit Checkpoint ne Daudo tschüss Daudo tschüss Daudo tschüss Daudo tschüss Daudo tschüss Daudo 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 Und deswegen bist du auch ein Platz vor mir. Ey, das macht Sinn. Mit Abstand. Cool, Artur, ja. Ui. Das war's. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen bei allen anderen vorbeischauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.